Ach, hier war das Lager. Das verlassene Camp halt, ne? Äh, 1496. Spanische Brune von zwei Wochen, äh, vor zwei Wochen befahl uns, der Käpt'n die Pinta zu verlassen, um diese Insel zu erkunden, und uns mit Wasser und Vorräten einzudecken. Die Insel erwies sich als Hölle auf Erden. Hier haben wir die schlimmsten Tage unseres Lebens erlebt. Wir haben uns eingedeckt und verlassen diesen verfluchten Ort. Aber wir lassen viele unserer Kameraden hier zurück. Näh! Salvatore Avila ging am letzten Tag zum südlichen Brunnen und kehrte nie zurück. Lucas Solero starb an einem Schlangenbist, begraben im Lager. Felipe Valdez ging in den Wald, um Pilze zu suchen und kehrte nie zurück. Luis Herrero wurde in einer Berghöhle von einem Stein erschlagen. Der Ort seines Todes ist auf dem Papier markiert. Welches Papier? Ach egal. Okay. Das war ein Astrophil. Gut, die stellen auch wieder viel Wasser her. Und dann bin ich voll und ich bin mit der Aufwollung. Nehmen wir jetzt nichts mehr mit. Nur ein Haufen Sprott hier. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Muss in die Richtung laufen. Muss in die Richtung laufen. Ja, Autsch. Okay, ich bin da nicht schnell aufwoll. Ich bin da nicht schnell aufwoll. Ach ne, ich schon wieder Wildschwein, ich habe heute genug Wildschwein. So, da komme ich an meinem Strand. So, da komme ich an meinem Strand. So, da komme ich an meinem Strand. So, das drüber, das drüber. So, da komme ich an meinem Strand. So, die dicken Blitz-Setup auch. So, da komme ich an meinem Strand. 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 So, da bin ich an meinem Strand Freunden. Autsch. Autsch. Der ist leer, ne? Nee, der ist voll. Dann machen wir den jetzt leer. Ich brauche einiges an Steinchen. Beim Steinernten haben wir uns natürlich auf die Finger geklopft und jetzt den dicken Finger auf die Finger. Ah. Okay. 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 Ich probiere das. Okay. Und jetzt die Club. показывieren. ingrediated9 tons? suchen Pstidien-Säge Oh, cool Pstidien-Säge 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 Kohle, Feder und Ente Federn habe ich Cola habe ich Ei habe ich Lebensstreifen wird mit Was ist das? Szenenfad Gegenstand Ey, das kann ich machen, dann kann ich angeln Yeah, cool Szenen, wo seid ihr? Ist das Wörter? Irgendwo müssen auch Sehnen sein. Ich habe auch Sehnen gehabt. Ich dachte, die sind schon um. Und das wäre ärgerlich. Ne, da sind sie doch. Uhuhu. So. Die brauchte ich, dann kann ich in Sehnen fahren. Genau. Das war's. Das brauchte ich zum Gegenstand. Die Gerber Werkbank. Oh. Hm. Das fängt echt gerade alles an. Hm. Dann das wieder zurück. Erstmal. Nicht wahr. Nein. Oh, ich hab noch was abgeräten, das ist sehr lang, da geht es nicht mehr. da finde ich lang vier tage dürften vorbei sein dann dürfte der habe ich auch schon wieder da na ja auf jeden fall da ist das brett wieder da hat gesehen ich mich nicht noch mal ich habe eigentlich brauche ich die grad nicht wenn ich sie nicht braucht dann lasse ich sie auch falls ich sie mal brauche habe ich sie dann dort vielleicht wachsen ja dann mehr dran da sind für die suche auch hier die dicken blätter wieder die zwei sind noch leer so ist das aussieht ja du bist dahin schon am kläffen nämlich doch wenn mich doch auf den armen name So. Einmal Bett-Upgrade. So. Das ist cool, dass man die Sachen upgraden kann und nicht wie bei anderen, dass man die dann abreißen und Neues hinsetzen muss. Ja, mein Wasser ist unter 60 Prozent. So. Ja, ich bin jetzt voll, aber... Ich mach ja jetzt noch. Große, geschwitte, Kiste. Hä? Ist der Unterschied? Konserviert Lebensmittel besser. Ah! Das ist gut. Aber hab ich grad das Zeug nicht für. Äh... Äh... Gute. Gute. Ach, falsche Blatt. Ähm... Ach, nö. Gut, dass der Baum direkt neben uns ist. Hahaha. Ach, genial. Einmal. Was fehlt denn noch? Ja. Der große Baum ist da. Den Aufspülter kann ich nicht. Aber nicht. Ja. So. Äh... Ja. Okay. Ja. 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 Ok. Ha. Ah. Einmal muss ich meine Axt aufwerten Einmal muss ich meine Axt aufwerten Ich habe meine Axt aufwerten Wieso war jetzt hier nur eins drin? Sind wir doch eben noch voll? Ja. Ja, gerade ich bevor wir jetzt hier umgehen. Oh, dann machen wir nicht gleich hin. Oh, ich glaube, die Runde sind dabei. Ah, krass. Oh, ich schlafe. Oh, ich schlafe. Selbst wenn regnet, will ich weiter schlafen. Sollen wir doch nicht da sein, dass es regnet. So. So. Jetzt eine Pfeile mit Pokusnüsse gibt, die behalten natürlich. Da brauche ich eine Schaufel. Oh, ich kann nur einen. Jetzt habe ich eine Schliefnase. Okay. Läuft ja prima. Dann holen wir noch den anderen Stamm. Okay. 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 Kann ich den auch dazu fügen? Ne. Den muss ich jetzt hier neben abschmeißen. Da muss ich jetzt beim Crafting gucken. Genau, geteilter Baumstamm brauche ich. Ich brauche auch erstmal ne Säge. Brauche ich den großen Bunnenstein? Nein, darf ich äußern. Ich brauche den großen Bunnenstein. Ich brauche den großen Bunnenstein. Bei der Steinablagerung dürfte auch ein großer Bunnenstein mit dabei sein. Müllplatz. Wir wollten eine Angel bauen. Dafür musste ich erstmal was machen. Dann. Mal gucken, ob die Lianenpflanze hier noch da ist. Das heißt, hier so lang. Hier. Mal gucken, wie leer das im Tal ist. Geht. Das ist ein anderes Problem. Ich hab's vergessen. Ich hoffe, dass die Arnen schneiden doch. Ja, okay. Ich habe auch keine Arnhöte hier. Da rein. Nein, da weiter. Dein Räufchen. Da ist es doch oft. So, kann ich aus einem der Steine, schau mal meinen Stein. Bewölkt ist immer gut. Hey, sie ist bewölkt, nicht dunkel. Irgendwo ist mein Freund. Ja, das war klar. Und wie viel denn? Um vier Kilo. Elle Hilfchen. Musi, echt die Steine. Nein. Ist mal nicht. Voll. Äh, von dem letzten Fernhalten erstmal. Komm schon mal. Okay. 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 Oh. Okay.